Am 5. Februar berät der Mannheimer Gemeinderat über den Bau einer Eissportarena mithilfe privater Investoren. Diesbezüglich wies Eishockey-Bundesligist MRC heute auf einer vereinseigenen Pressekonferenz nochmals auf die gravierenden Mängel am bestehenden Eisstadion hin. Eine neue Arena, so der Vorstand, müsse in erster Linie auf die sportlichen und wirtschaftlichen Belange des MRC zugeschnitten sein. Mit einer modernen Eishalle käme Mannheim auch als Austragungsort für die Eishockey-Weltmeisterschaft 1993 in Frage.